Hallo liebe Freunde von Pixel Playground. André und Michael sind wieder am Start mit der Jump Map. Wir legen hier direkt wieder los. Yeah. Yeah. So, wir müssen glaube ich da hinten irgendwie dieses Teil dran. Es war schon gar nicht mal so schlecht. Jetzt aber. Ja, sehr gut. Ich geh mal vor, ja. So. 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 Oh, oh. Nein. Nein. André. Oh nein. Nochmal. Oh, da ist er ja wieder. Ja. Ich habe mir das anders überlegt. Ich will noch nicht tot sein. Yes. Ich bin drüben. Da. Bleibst du. Schaff ich. Ich will es hoffen. Gott. So viel Dank dazu. Yep. Okay. Moment. Ich stehe es genau davor. Ja, aber er rutscht drüber. Moment, kleines Stück noch. Jetzt, bitteschön. Ah. Okay. Vertraue mir einfach blind. Ja. Yeah. Sehr schön. Checkpoint. Verdammt. You can only sleep at night. Ähm, liebe Kinder. Schaut mal bitte ganz kurz weg. Oh. Was macht der denn? So. Bitteschön. Kann sich hinlegen. Mann, ist es schnell dunkel geworden. Ja, es ist unglaublich. Magie. Ja, ha. Es ist magic. Eine Menge Phantasien. Oh, wieder Lava. Juhu. Wie schön. Freut mich. Hm. Hat man schon lange nicht mehr, ne? Oh. Oh. Noch mehr Lava. Was ein Spaß. Juhu. Lava. Für jung und alt. Von Ravensburger. Ja. 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 Sehr schön. Jetzt geht es hier weiter. Bitte. Oh Gott. Ah, hier. First try. Ja. Nein. Verdammt. Hey. Nicht in den Weg laufen. Ich sprüge Katzenmechan. Ja, die sind nicht unbedingt jedermanns Sache. Nee, überhaupt nicht. So. Jetzt komm schon. Haha. Jetzt komm schon. Jetzt aber bitte. Oh, hier ist ein Schalter. Checkpoint. Oh. Ah. Ah. Lava. Das ist jetzt ein Witz, oder? Äh. 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 Ich hab den Schalter wieder runtergemacht. Ich hoffe, die geht auch wieder weg. Die läuft hier jetzt auch nicht runter, oder? Also, näher am Boden nicht. Äh. Äh. Wo kommt denn der Typ hierher? Nicht wahr? Äh. 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 War noch der da? Haha. Oh mein Gott. Haha. Der ist in der Lava. Der ist tot. Oh maaan. wir stehen sprung hier geschaffen ja genau von da ja so viel zum sprung angeln wir heute einen michael du solltest da ja ich habe ihn solltest nicht die lavahaut verschwindet gerade ja muss keine angst um mein leben mehr haben und das ist uns das so genannte jackpot gewesen oder wie genau da kannst du dann hochschwimmen nee bei meinem glück dachte ich gerade ich fliege jetzt runter du hast es geschafft so mal gucken was jetzt kommt ich sehe schon klatscher männer los party die time guckt da in der mitte ist schon der kuchen da hoch müssen wir zu einem fliegenden haus es geht ja schon wieder blendend los jetzt und jetzt aber nein ah man musst du mir alles nachmachen das ist doch mein großes vorbild du bist der einzige wo immer alles schafft und ich hundertmal wiederholen muss naja momentan sieht es bei mir genauso schlecht aus du solltest doch nicht mich als vorbild nehmen bitte ja ich versuch's ja aber weißt du schlechter einfluss färbt so schnell ab ach so oh den neber gesprungen weißt du das ist noch schlimmer wenn du es geschafft hättest wenn du nicht einfach den neber gesprungen wärst wie kann man daneben springen du musst doch ja ich weiß nicht ich hab irgendwie die maus gerade so ein bisschen verzogen oh mein nicht mal mehr da auf den kuchen ich komm schon gar nicht mehr dazu richtig zu springen weißt du ist das doppel w du rennst was ist damit da ey damit du rennst dann ach maaann egal jetzt machen wir gleich jetzt aber jetzt aber jetzt aber ja ok ja ich schaffe es ja ich nicht ich schaffe es ich schaffe es oh und noch einer noch einer und 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 jay jetzt nur noch ich kann ja nur noch jahrhunderte dauern ja nicht so frech junger padawan oh ein loch ein loch deiner socker ja das auch aber da ist ja ein loch in der treppe warum hast du da ein loch reingemacht ich hab da ich weiß nicht das bestimmt damit ich dann da runter falle hoppala so wie hier eben ja ok das ist dein eigenes verschwenden nein da hast du ein loch hingemacht in die luft ach so stimmt das war ja alles plan ja das war alles so eine plattform ne ein sogenanntes luftloch mwmwahahahahahahahaha Kniff war aber gut oh er ist unter mir und jetzt weiter weiter kleine sprünge kleiner sprung großer sprung kleiner sprung ja jetzt großer nochmal nochmal ok ok jetzt yahajajj ah dieses loch hast du gemeinst gemeinst ja gemeinst Checkpoint ach so da war ich wollte ich nicht sehen um ein guter kraftausdrücke wie wo was da auf dem Schild ach hier oben geht's lang opa würde es schaffen ja 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 wie hast du das gemacht so oh 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 nein ja ma ich hab's geschafft ich hab's geschafft ja jetzt nur noch ich komm schon nein versuch glaub an dich muss nur auf den Tisch drauf ja ja es ist manchmal nicht so einfach yes 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 ja sag mal Warum bin ich da jetzt runtergefallen? Äh, nun. Kannst du mir das mal erklären? Na. Rage Mode. Ja, einfach runterlaufen, wir auch. Ja. Geht sogar zweimal. Drittes Mal kann man das aus... Nein, beim dritten Mal macht man das mit Sprung. Okay. Und so. Genau. Oh je. Du musst schon ein bisschen, da habe ich gemerkt, du musst schon ein bisschen von der Wand weggehen, wenn du auf diese... Ja, ich weiß. Ich hatte sie auch versucht, hat nur nicht hingehauen. Lid grümmst dich ab. Ähm, okay, in der Zeit... Ah, okay, ich wollte gerade eine Geschichte erzählen. Erzähl doch mal. Was wolltest du denn erzählen? Ja! Haha! Tadaaaaaa! Tadadaa! Entschuldigung! Welche Geschichte wolltest du denn erzählen? Oh, hier, guck mal. Wir sind uns so beschäftigt hier, da komm ich kaum dazu. Ah no. Weil dein dicker Arsch, der mich gestört hat. Warte, ich, Entschuldigung. Schon wieder. Ich bin doch gar nicht mehr bei dir. Ja, dein dicker Arsch schon. Dein Arsch ist so fett. Du brauchst eine Landkarte, um dein Loch zu finden. Ha, einfach mal übersprungen. Ich glaube, wir müssen hier weiter. Oder geht es da unten weiter? Ist da unten was? Da ist ein Bett. Ein Bett. Zwei Bett. So. Und jetzt wieder helllichter Paar. Genau, deswegen machen wir hier am besten mal einen kurzen Schnitt. Beziehungsweise verabschieden uns für diese Folge. Yeah, yeah. Wie wir immer so schön sagen, Socken aus. Los geht's. Haltet die Ohren steil und haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.